Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fusion 360 für Anfänger Tutorial. Heute möchte ich mal auf eine Benutzerfrage und zwar hat mich jemand gefragt, und zwar der Udo, wie man denn Bewegungen verknüpft und Gelenke und diese vielleicht auch zu Analysen benutzen kann. Und es war etwas schwierig, aber ich denke als Anfängerreihe Teil 16 sollte das vielleicht dahin, auch wenn es tendenziell doch eher etwas für Fortgeschrittenere ist. Also, lasst uns heute mal eine Bewegung sozusagen konstruieren. Wie bereits eingangs erwähnt, möchte ich heute mit euch den Anfänger Teil 16 machen. Wir behandeln heute zwar ein etwas komplexeres Thema, was gegebenenfalls für Anfänger schon schwierig einzusortieren war. Eigentlich hätte ich das tendenziell, glaube ich, auch auf Experten oder Fortgeschritten machen können. Aber ich denke, gerade auch die Anfänger unter euch möchten vielleicht die eine oder andere Simulation machen. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie man diese Gelenke miteinander verknüpft, wie man Bewegungsverknüpfungen, ja, das zeige ich euch mal kurz an einem Beispiel, wie das sowas aussieht, was man da Schönes machen kann. Und ich zeige euch auch, wie man einzelne Sachen im Raum verankert. Also, rüber zu Fusion und los geht's. In Fusion angekommen, müssen wir zuerst mal die bereitgestellte Datei, die findet ihr unten in der Beschreibung, in Fusion hineinladen. Die müsst ihr bloß runterladen, entpacken und dann könnt ihr diese F3D-Datei über das Öffnen-Menü holen. Ihr habt da dann sozusagen jetzt die entpackte und die öffnet da euch. Die speichern wir auch zuerst, ansonsten könnt ihr ja die Änderung sozusagen nicht machen. Ich speichere die jetzt mal hier ab, dass die hier in der Seite erscheint. Okay, machen wir das Seitenfenster hier mal weg, damit wir ein bisschen Platz haben. So ein bisschen kann man sehen, was es sein soll. Es ist im Prinzip eine MGN-Schiene, es ist ein bisschen wie ein Druckbett hier zu sehen. Und dieses Druckbett soll flexibel sein. Flexibel heißt, es soll je nachdem, wo ich jetzt hier rechts und links mit meinen Linearschienen hoch und runter fahre, möchte ich, dass das Bett sich von rechts nach links ein bisschen bewegen kann. Diese Konstruktion hier ist, bitte, bitte nicht in den wirklichen Drucker einzubauen, denn es gibt noch eine Kleinigkeit, die das etwas unmöglich macht. Und zwar würde jetzt das Bett, weil ja die Schienen hier, diese zwei kurzen Schienen, direkt gegenüber stehen, könnte man das Bett jetzt komplett nach rechts und links rüberschieben. Und das ist für einen 3D-Drucker natürlich nicht tragbar. Außer man begrenzt es hier mit irgendeiner Form, dass es, wenn es wirklich in der Mitte steht, sich nicht bewegen kann. Aber auch das, wie gesagt, ist nicht wirklich schön. Also es ist jetzt hier der Anschaulichkeit halber, habe ich das für euch konstruiert. Die MGN-Schienen selbst findet ihr bei GrabCAD. Da könnt ihr mal gucken, da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen schon vorbereitet. Alles, was ihr so braucht. Es gibt nur eine kleine Besonderheit, die ich hier machen musste. Ich habe die MGN-Schienen hier getrennt voneinander. Das heißt, jede MGN-Schiene ist hier in einer eigenen Komponente. Das seht ihr da dran, dass hier hinten Doppelpunkt 1 steht. Wenn ihr das nämlich zum Beispiel dupliziert, ich mache mal STRG-C, STRG-V, dann seht ihr, entsteht hier eine 2, weil die Schiene dann exakt doppelt ist. Warum ist das so? Also, ganz einfach, wenn wir eine Bewegungsverknüpfung jetzt machen, und zwar in einer Komponente. Ich sage mal jetzt hier den Slider und die Schiene, die möchte ich miteinander verknüpfen. Die müssen sich ja bewegen. Dann wäre das so, wenn ich das jetzt kopiert hätte, auf der anderen Seite auch, dass er das übernimmt. Das mag im gewissen Fall kein Problem darstellen. Wenn ihr aber nachher, und darauf kommen wir noch, Bewegungen sperren wollt, dann ist das Problem, dass ihr das immer in beiden Komponenten macht. Und ich möchte es aber nur in dieser einen machen. Gut. Ihr seht also letzten Endes, ich habe jetzt eine längere MGN-Schiene, die ist durch Zufall 525 mm lang. Ich habe zwei kürzere, die sind 100 mm lang. Und ich habe eine Seite A und ich habe eine Seite B. In der Mitte habe ich ein Bett. Und das muss jetzt alles miteinander funktionieren. Ich möchte nachher diesen Slider hier bewegen können. Ich möchte den hier bewegen können. Und es soll was passieren. Grundprinzipiell ist es folgendermaßen. Wir müssen irgendwo anfangen. Und ich fange meistens bei den drehenden Gelenken an. Wir haben hier zwei drehende. Einmal rechts, einmal links. Ich klicke mal hier drauf. Das ist der Halter B hier. Und mit dem fange ich an. Ich gehe mal hier rein. Und möchte den erstmal in seiner Achse drehen. Ihr habt hier oben das Zusammenfügen-Menü. Da geht ihr mal rein. Und dann sagt ihr Gelenk. Jetzt möchte er, dass ihr euch das wählt. Ihr habt hier so verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht, er sucht sich einen Punkt aus. Der Vorteil ist, das kann auch manchmal ein Nachteil sein, er fügt dann auch beide Teile, auch wenn sie total weit auseinander sind, dann aneinander an. Das heißt, ihr müsst euch da nicht mal drum kümmern. Also, ich möchte, dass das an dieser Kante hier, das andere einblenden, und an diesem Außenkreis. So, jetzt machen wir das mal an. So, jetzt macht er hier irgendwelche komischen Bewegungen. Damit simuliert er mir so ein bisschen, was er gerade als Bewegung hat. Ihr seht hier am Rand, wir haben eine ausgewählt, wir haben die zweite ausgewählt. Und jetzt hat er hier gesagt, er möchte draußen Schieberegler machen. Ihr könnt hier unten animieren machen. Und ihr seht, in welche Richtung sich das bewegt. Das soll aber natürlich kein Schieberegler sein. Ihr habt hier verschiedene. Es gibt dann jetzt hier eine starre Verbindung, eine Umdrehung, zylindrisch, Pinschlitz, Ebenen, Kugel. Wir wollen hier eine Umdrehung haben. Und ihr seht, das Element bewegt sich einmal für euch, damit ihr auch seht, wie es sich bewegt. Ihr könnt hier auch die Achse verändern. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das mit der Z-Achse sieht gut aus. Das lassen wir so. Und dann drückt ihr einfach auf OK. Und schon habt ihr jetzt diese zwei Teile miteinander verbunden und mit einer Bewegung versehen. Dasselbe mache ich jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Also wieder zusammenfügen, ein Gelenk erstellen. Und das ist dann hier drüben der Halter B. Schauen, das war die richtige Seite. Das ist einmal dieser. Könntest du mal das einblenden, dass ich das sehe? Oh, jetzt hat er es weggemacht. Ich möchte natürlich das sehen können. Blenden wir einfach alles ein, dann kann mir nichts dazwischen kommen. Manchmal passiert mir das halt leider auch. Niemand ist ja perfekt. Also, ich möchte diesen mit diesem Kreis aneinander binden. Und da wir zuletzt ja schon die rotierende Bewegung hatten, hat er diese rotierende Bewegung auch übernommen. und ihr könnt immer hier draufklicken, dann seht ihr auch, dass er das richtig macht. Okay. Damit haben wir schon mal die zwei Gelenke soweit fertig. Der nächste Punkt. Was gehört jetzt zusammen? Jetzt fangen wir an und verknüpfen mal ganz kurz, was fest miteinander zusammengehört. Dafür gibt es hier oben auch die starre Gruppe. Also, diese Platte soll mit diesem Block hier sozusagen verbunden sein. In irgendeiner Form. Jetzt ist sie vielleicht gerade geklebt, weil wir haben ja keine Schrauben. Und natürlich auch damit. Ihr braucht nur ein größeres Element wählen. Ihr müsst nicht alles wählen. Und dann sage ich schon mal, ja, okay. Jetzt sind diese drei Teile miteinander verbunden. Ebenfalls fest miteinander verbunden ist die Schiene mit unserem Drehbahnelement. Machen wir das auch gleich. Starre Gruppe. Wir wählen die Schiene und dieses Element. Und dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Das mit diesem. Jetzt haben wir noch zwei Sachen, die verbunden werden müssen. Und zwar diese zwei Sachen. Das heißt also, wir machen wieder eine starre Gruppe. Verbinden diese beiden. Und machen eine starre Gruppe und dann verbinde ich diese beiden. Beachtet, wie gesagt, das funktioniert nur, wenn ihr Komponenten habt. Nur als kleine Randnotiz noch. Das hatte ich, glaube ich, vorhin vergessen zu sagen. Ihr müsst hier Komponenten haben. So, dann haben wir das soweit erledigt. Die starren Verknüpfungen sind da. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die MGN-Schienen, denn diese müssen sich bewegen. Eine Besonderheit habe ich getan. Und zwar, ihr seht es, Slider hat Doppelpunkt 6. Ich habe diesen Slider hier einmal durchkopiert, durch alle Einzelkomponenten auf jedem. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf einem Slider hingehe, müssen wir erst mal die ganzen Einzelkomponenten dieser Slider auch in eine Art starre Gruppe bewegen. Ansonsten bewegt sich ja nur ein Teil davon. Also machen wir eine starre Gruppe. Dann sage ich OK. Und diese starre Gruppe, das ist das, was ich auch vorhin meinte, er übernimmt das Gelenk überall. Wenn ich jetzt hier unten öffne, findet ihr hier auch jetzt ein Gelenk. Und das ist auch eine starre Gruppe. Das heißt, alle diese Slider sind jetzt erst mal mit dem grünen und dem roten, alle miteinander und den ganzen Schrauben miteinander hier verbunden. Das ist sozusagen ein Block. Jetzt müssen wir natürlich die Slinger noch zum Bewegen kriegen. Fangen wir also mit der Schiene hier an. Ist natürlich auch relativ einfach. Wir gehen hier auf Zusammenfügen, sagen wieder Gelenk. Diesmal wähle ich aber, mach mal das Bett weg, dass ich ein bisschen ein bisschen was sehe, das Bett, genau. Und wir möchten machen wir mal die Rail weg. Wir möchten, dass diese Unterfläche soll auf der Schiene hier oben sich bewegen. So, was macht er? Drehend. Drehend ist jetzt nicht ganz das Richtige. Gucken wir mal. Wir wollen Schieberegler. Schieberegler klingt gut. Okay, der Schieberegler geht eindeutig nach Z. Das wollen wir nicht. Gucken wir mal nach X. Läuft er bestimmt richtig. Genau. Er läuft auf der X-Schiene hin und her und ich sage OK. Ihr seht, was hier drüben passiert ist. Der hat sich verschoben. Warum hat er sich verschoben? Weil dieser Slider sich gerade verschoben hat und der hier, dieser Slider-Block, ist ja mit dem Bett oben drauf verbunden. Wenn ich jetzt den hier bewege, könnt ihr Doppelklick drauf machen. Seht ihr, wie sich das Ganze schon hier bewegt. Wir sind aber natürlich noch nicht fertig. Wir machen das jetzt auf der anderen Seite mit dem 100er auch. Das heißt, ebenfalls zusammenfügen, Gelenk. Ja, wir erfassen jetzt mal die Position. Nehmen das hier raus. Dann möchte ich diese Fläche auf die Rail und auch hier möchte er eindeutig die falsche Bewegung. X sieht besser aus. Genau. Super. Erschreckt euch nicht, dass die anderen Teile hier nicht mitkommen. In der Simulation wird nur das einzelne Bauteil animiert. So, jetzt müssten sich, genau, jetzt bewegt sich nämlich alles hier hin und her. Perfekt. Ihr seht, was hier passiert. Wenn ihr das mal hier schiebt, seht ihr, wie sich das da rausschiebt. Das ist natürlich noch nicht das, was gewollt ist. Genauso hat sich das jetzt hier rausgeschoben. Aber das kriegen wir gleich noch hin. Machen wir mal die Sachen hier wieder an. Jetzt ist natürlich diese Schiene rausgerutscht. Dann fangen wir auch gleich mal an und korrigieren diesen Fehler. Bevor ich diesen jetzt aber korrigiere, ich möchte nicht, dass sich diese zwei Außenschienen, vielleicht haben die ja einen Sinn, dass die genau so weit auseinanderstehen, dass die sich jetzt nicht nach hier außen verschieben, nach dem, was da ist. Es gibt eine Möglichkeit und zwar diese Objekte, die ihr fest im Raum verankern wollt, zu verankern. Ihr geht hier auf Zusammenfügen, starre Gruppe. Jetzt ist es wichtig, wählt untergeordnete Komponenten einschließen weg. Das machen wir weg. Jetzt wähle ich das hier oben, die gesamte und wähle zusätzlich diese beiden Schienen und sage okay, damit ist jetzt sichergestellt, dass diese beiden Schienen sich nicht mehr in irgendeiner Art und Form wegbewegen und das ist gerade extrem wichtig, bevor wir jetzt den nächsten Schritt machen. Jetzt nehme ich mir die eine 125er hier und sage, ich möchte jetzt hier ein Gelenk haben und zwar möchte ich, dass sich das hier bewegt auf dieser Fläche gucken wir mal, ob er das hinkriegt und das als Schieberegler anscheinend möchte er das jetzt nicht tun und das als Schieberegler und das müsste x sein. Exakt. Okay. Jetzt hat er mal kurz gerechnet und hat das alles ein bisschen hier schon diese Elemente zusammengeschoben, weil die dürfen sich ja bewegen. Jetzt müssen wir dasselbe natürlich auf der anderen Seite noch machen, mit der zweiten großen Schiene zusammenfügen und wieder Gelenk. Dann wähle ich dies aus und wähle dies aus. So, dann macht er natürlich wieder auf der falschen Achse, ist ja kein Problem, machen wir x. Genau, das ist richtig. Und ihr seht, was gerade passiert ist. Er hat es schon zusammengefügt. Ihr könnt jetzt hier überall an diesen Pfeilen, die ihr hier habt, könnt ihr Bewegung machen und ihr seht, hier tut sich schon mal was. Das einzige, was mir jetzt nicht gefällt ist, der Slider hier, der bewegt sich nach draußen. Das darf nicht passieren. Also übernehmen wir mal das Ganze und jetzt gehen wir in die Feinjustierung. Bestimmte Sachen, bestimmte Bewegungen sind erlaubt, aber was ist, wenn wir jetzt hier irgendwie sagen, okay, das kann sich nur bis dato und dahin bewegen. Das ist nämlich genau das. Ihr könnt jetzt schon sehen, das würde so nicht funktionieren. Der hier, dieser Sliding-Block, der rutscht hier knallhart hinten raus. Das darf niemals passieren. Das heißt, ihr müsstet jetzt hier Abhilfe schaffen. Um das natürlich mal zu simulieren, was ihr da tun könnt, könnt ihr hier euch einen Block, zum Beispiel diesen, jetzt hier mal aufmachen und ihr habt hier hinten ein Grenzwerte bearbeiten. Das machen wir auf. Dann sage ich ein Minimum und ein Maximum und das entstehen zwei dieser Pfeile. Jetzt kann ich sagen, jetzt müsst ihr aber so aufpassen, ein bisschen das Grüne da, machen wir mal 30 und 30 und ich sage, okay. Das heißt, dieser Block kann sich gerade nicht weiter bewegen. Oh, das reicht noch nicht mal. Dann machen wir lieber 25 und 25. Also 25, das kann man hier auch händisch drüben machen. Okay. So, das heißt, weiter kann der sich jetzt nicht bewegen. Er geht, ich kann nicht weiter dahin, aber ich kann ihn dahin schieben. Ihr seht, das geht nur in diesem Bereich. Wenn ihr mal Enter drückt, übernehmt ihr das. So, jetzt müssen wir dasselbe natürlich hier drüben machen, dass der nicht wegrutscht. Das heißt, ich gehe auch hier rein in die Gelenke und bearbeite hier die Grenzwerte. Mache wieder ein Minimum und ein Maximum hin. Hier ist der Wert ein bisschen anders. Können wir aber auch 25 und 25 machen. Okay. So, jetzt haben wir die Grenzwerte bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt jetzt hier den bewege, überschreitet er zumindest nicht mehr bei den Schienen, die, ich sag mal, die Grenzwerte, er würde jetzt hier nicht mehr rausrutschen. Das kann man noch ein bisschen übertreiben. Na, übernehmen. Oh, mal Enter drücken, dass er es übernimmt. Jetzt nehme ich den Block hier. Und ihr seht, jetzt schiebt sich alles mit durch. Jetzt ist er voll ausgefahren. Mehr geht nicht. Manchmal ist es aber auch so, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte, dass das sich hier drüben oder das hier sich nicht mitbewegt. Wir nehmen mal das Gelenk hier. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, und das war der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, macht das bitte in einzelnen Komponenten. Ich gehe in diese Schiene rein und kann jetzt hier dieses Gelenk aufklappen und kann das sperren. Jetzt ist das gesperrt komplett. Wenn ihr das jetzt als Kopie hättet und eine Doppelpunkt 2 auf der zweiten Schiene, also auf der hier stehen würde, würde diese jetzt auch gesperrt sein. Aber das möchte ich ja nicht, deswegen habe ich das getrennt. Und jetzt kann ich nämlich dieses hier bewegen und die andere Seite bewegt sich gar nicht mehr. Und jetzt können wir mal gucken, wie wunderbar sich das bewegt. Ihr habt jetzt den Vorteil, ihr könnt jetzt verschiedene Sachen einstellen. Unter anderem könnt ihr jetzt auch hier mal mit den Radien spielen. Ihr könnt gucken, wo irgendwelche Blockierungen sein müssen. Ihr könnt anhand der Begrenzungen sogar designen. Das heißt, wenn ihr feststellt, ich sag mal so, dann schieben wir das mal hier rüber. Dass euch hier das zum Beispiel ideal so gefällt und das nicht weiter ist, könnt ihr jetzt hier hingehen. Sagt mal OK. Und dann macht ihr euch hier eine Skizze drauf, Position erfassen. Und dann designt ihr euch hier eine Art Sperrblock. Den könnt ihr jetzt hier einfach designen. Na, so einfach doch nicht, weil das ist so schräg. Aber ihr könnt euch jetzt anhand dieser Bewegungen sozusagen eure Elemente noch zusätzlich designen. Es gibt ein sehr bekanntes Projekt. Ich weiß nicht, ob das manche Leute von euch kennen. Das ist der He-Wort-Drucker. Der hat ja, ich sag mal so ein ähnliches Konzept auf drei Z-Spindeln. Da wurde auch mit so einer Bewegungsanalyse vorab gearbeitet. Das Ganze ist noch ein bisschen komplexer, weil da müssen noch Kugelgelenke rein, damit das alles auch wirklich funktioniert. Fusion lässt euch solche Sachen im Übrigen nicht editieren, wenn diese Bewegungen nicht in irgendeiner Form machbar sind. Fusion ist da tatsächlich in der Lage, das für euch schon so zu berechnen. Und genau das ist auch der Grund, warum das so enorm wichtig ist. Es gibt einige Projekte, in denen ich tatsächlich, ich mach das mal kurz rückgängig, in denen ich tatsächlich erst eine Bewegungsanalyse gemacht habe, um zu gucken, ob das auch funktionell so geht. Dies wäre hier zum Beispiel mal ein Projekt, mit dem ich das probiert habe. Ihr seht, hier sind ein paar bewegliche Elemente dran. Um euch aber zu zeigen, was hier passiert, mal gucken, haben wir die richtige Schnittanalyse. Das, was man nicht simulieren kann, sind Federn. Das ist hier hinten eine Feder, die würde sich also in irgendeiner Form, ich sage mal, zusammenziehen. Hier oben habe ich einen Drücker. Ihr kennt das Projekt. Vielleicht wartet mal. Ihr kennt das vielleicht. Ich habe das hier als ausgedruckte Form. Mal gucken, ob man das sehen kann. Das ist hier die ausgedruckte Form. Hier ist tatsächlich ein Federelement drin. Das ist das, was hier hinten ist. Das befindet sich ganz hier hinten. Und hier vorne, dieser Stift, den seht ihr auch. Und hier oben ist dieses kleine Element, was sich bewegt. Das ist exakt das. Das habe ich wirklich mit der Bewegungsanalyse so gemacht. Habe ich so designt. Ich habe nämlich hier drinnen das Loch gesucht. Und dann habe ich mir das hier nämlich gebastelt. Guckt mal. Gut, jetzt hinten müssen wir uns wegdenken. Das würde sich ja zusammendrücken. Aber ihr seht, ihr könnt auch mit verknüpften Analysen, also Bewegungen, dann arbeiten. Also das hier bewegt das eine, bewegt das andere. Das funktioniert jetzt hier nicht ganz hundertprozentig, aber ich zeige euch das mal. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, dass ihr auch Bewegungen hier verknüpft. Verknüpfen heißt, ihr sagt, bei wie vielen Millimetern sich zum Beispiel der Schieberegler hier auf die Drehung auswirkt, in welche Richtung. Und das ist genau das, was hier passiert. Und dann ist dieser Schieberegler mit dieser Umdrehung verknüpft und diese Umdrehung wieder mit diesem Schieberegler. Und daraus ergibt sich dann, ich sage mal, eine Animation, nach der man auch so ein bisschen sein Objekt designen kann. Ihr seht, das ist halt ein ganz einfacher Lockmechanismus. Unterm Strich würde man den vielleicht auch einfacher machen können. Aber er erspart mir eben eine Feder hier unten drunter. Die Feder ist hier hinten drin. Er sollte relativ flach sein. Und deswegen habe ich mir das mit diesem Umlenken so ausgedacht. Ihr seht also, diese gesamte Bewegungsanalyse beziehungsweise auch das Verknüpfen von Bewegungen ist in manchen Objekten tatsächlich mal vonnöten. Vor allem dann, wenn ihr mal sicherstellen wollt, ob das Gedruckte oder das, was ihr vorhabt zu konstruieren, tatsächlich auch so funktioniert. Für Fusion ist es eine relativ einfache Sache. Es gibt einen Bewegungsgrad außer bei Kugellagern. Da gibt es natürlich alle Bewegungsfreiheitsgrade in alle drei Achsen. Aber in der Regel sind es ja nur lineare oder sagen wir mal Kreisbewegungen. Dadurch habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr das prüfen könnt, dass ihr gucken könnt, ob ihr Begrenzungen in irgendeiner Form braucht. Denn das, was wir jetzt hier am Anfang gemacht haben mit dem Bett, das würde so in der Realität nicht funktionieren, da das Bett auf den Schienen oben, wenn es tatsächlich austariert ist, ja hin und her rutschen würde. Das würde zwar von der Konstruktion her nicht schlecht sein, weil es sich ja nach rechts und links ein bisschen austarieren kann, aber fürs Drucken wäre das natürlich nicht geeignet. Da müsste man ein bisschen was anderes noch machen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Fusion-Tutorial. Bleibt gesund! Ciao!